Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Blassernlicht. Ja, ich weiß und ja, ich weiß, was ihr sagt und ja, ich gehe euch auf den Wecker. Ja, es tut mir leid, aber ich habe eine schöne Möglichkeit gefunden, um kochen bzw. so relativ die ganze Handwerkskunst gut hochzuzocken. Und zwar, wie soll es laufen? Hier beim Crocker, wie schon vermutet und ich habe es wirklich mir vorher nicht angeguckt, könnt ihr das Stringy Meat hier kaufen. Machen wir jetzt einfach mal 10 Mal, also investieren wir 240 Gold. So ist es ja. So und so könnt ihr zum Beispiel jetzt das Kochen leveln. Ihr kauft euch für 240 Gold hier dieses Fleisch halt eben. Ich weiß, das droppt auch bei Tieren und so weiter. Aber trotzdem, hier könnt ihr das Ganze ohne irgendeine Gefahr machen und vor allem relativ früh im Game euch halt relativ schnell hier den ganzen Gramm hochziehen oder zumindest mal auf so ein Niveau ziehen, dass es nachher euch leichter fällt von 6 auf 7, von 7 auf 8 und so weiter zu kommen. Jo, und zwar werden wir dann hier ein Masscrafting machen. Wie ich schon sagte, ich glaube 240 Gold haben wir ausgegeben und jo, ballern jetzt hier die Materialien hier rein bzw. sind hier ein bisschen am Kochen, werden dann auch gerade Cooking Level 5. Dann schaltet ihr auch verschiedene Titel frei und verschiedene Trials frei und so weiter. Das ist auf jeden Fall sinnvoll, am Anfang hier mal eine Stunde, sage ich mal, zu investieren. Ihr dürft euch da nicht jetzt an mir orientieren, weil ich ja immer die Videos dazwischen drin aufnehmen muss und so weiter. Also es geht schon relativ flott. Vor allem, wenn man ein bisschen Kohle im Sack hat, braucht man sich die Mühe, die ich gleich mache, auch nicht zu machen. So, jetzt haben wir diese Sachen hier hergestellt und jetzt kommt mein so großer Trick, der so super geil ist. Guckt es euch an, wir verkaufen jetzt hier diese Lunchbox und machen 40 Gold Gewinn. Woo, oder? Ne, wer natürlich aufgepasst hat und hat die letzten Folgen, jo, halt sage ich mal, beobachtet, der weiß natürlich auch, was das Ganze hinausläuft. Also wir machen hier 200 Gold miese, aber wie können wir jetzt die gesamte Handwerkskunst leveln? Wie ich es schon gezeigt habe, ihr lauft hier zum General Goods Merchant, kauft hier halt eben, sage ich jetzt einfach mal, Glovescrap. Das geht mit Leder und mit Glovescrap. Ihr habt es ja im letzten Part gesehen. So, kauft euch hier jetzt, sage ich mal, Glovescrap kaufen wir. Kaufen das jetzt 10 Mal. Äh, Quatsch, wie viele Mal haben wir es immer gekauft? 40 Mal, oder? Oh, ich weiß schon. Ja genau, 40 Mal kauft ihr das. Also 2000 Gold Startkapital braucht ihr sozusagen. So, dann laufen wir zur Enchanter's Wheel. Ähm, oder Enchanter's Wheel. So ist es, glaube ich, richtig, ne? Ich sage immer Enchanter. Keine Ahnung, ist ja auch egal. So, dann bauen wir uns dort die billige Hose. Habe ich euch ja alles schon tausend Mal jetzt gezeigt. Tut mir leid, falls es sich ein bisschen wiederholt. So, wir bauen jetzt 10 Mal die Hose. Haben die 2000 Gold jetzt wieder ausgegeben. Leveln jetzt hier beim Enchanting halt ein bisschen hoch. Jo. So, und, ähm, was wollte ich jetzt eigentlich noch sagen? Falls es irgendwie noch einen besseren Weg gibt, da am Anfang das schnell hochzuleveln oder so. Oder falls ihr sagt, das ist ja der größte Quatsch, muss man doch gar nicht machen oder so. Gerne in die Kommentare damit. Aber ich finde es auf jeden Fall ein netter Start, um direkt, sage ich mal, auf Level 7 oder so was, sollte man sich da schon ziehen können. Ab dann muss man natürlich wirklich auch mal gute Sachen herstellen oder kann einfach mit den Sachen, die man dann im Spiel getroppt bekommt, halt, sage ich mal, die Sachen weiter hochleveln. Denn so würde ich jetzt wahrscheinlich vorgehen, bis Level 7 das so hochzuziehen. Jo, bla. Gut, jetzt können wir zu irgendeinem Händler hier laufen. Ich laufe jetzt mal zum Krocker. Ich glaube, die bieten alle das gleiche Gold an. Wir haben uns jetzt die Hosen hier hergestellt. Show me if you got. So, bla. Und jetzt verkaufen wir unsere 10 Hosen, die wir für 200 hergestellt haben, für 225. Machen also genau 250 Goldmünzen hier gewinnen. So, und so läuft der ganze Laden jetzt. Jetzt haben wir die 250 halt rausgeholt. Und jetzt ratet mal, was wir für 250 Gold kaufen. Ja, natürlich unser Stringy-Miet. Genau so ist es. So, und jetzt können wir 10 Stück hier kaufen. Und haben die Möglichkeit halt jetzt mit 216 Gold. Warum 216? Äh, 24 mal 10. Habe ich irgendeinen Rabatt hier drin? Habe ich mich gerade verdrückt? Kann auch sein. Vielleicht habe ich nur 9 gekauft. Ist ja egal, ihr wisst Bescheid. Ähm, ja, und ähm, dann gehe ich hier hin. Sit und share food. Ne, das mache ich nicht. Und zwar, ähm, ach, was mache ich denn jetzt? Und jetzt kochen wir uns das Ganze hier. So, ja, ich habe nur 9 Stück gekauft. Aber ihr wisst Bescheid. Eigentlich hätten wir jetzt 10 gekauft. Äh, gekauft. Ist ja völlig egal. Ihr wisst Bescheid. So, und so kann man natürlich das Kochen jetzt wunderschön hochleveln. Ohne eigene Kosten. Und kann die anderen Handwerkskünste halt auch hochziehen. Finde ich eigentlich ein netter Tipp. Man kann diese Sachen hier natürlich auch nutzen, die man hier kocht. Das ist halt gut, um die Lebensregeneration wieder aufrecht zu erhalten. Später gibt es auch noch richtig coole Buff-Food-Geschichten. Es macht also schon Sinn, das relativ schnell hochzuziehen. Ich weiß schon gar nicht, da werden wir noch ein extra Video dazu machen, wie die ganze Liste da aussieht. Da gibt es auch im Spiel dann später noch andere Materialien oder andere Rezepte zu finden. Das gilt nicht nur hier für die Handwerkskunst generell, also hier fürs Kochen, sondern für die Handwerkskunst generell, dass man halt verschiedenste Rezepte noch findet, um andere Bögen herzustellen, um andere Sachen kochen zu können und so weiter. Und da habt ihr hier so irgendwelche Sachen, die auch dauerhaft irgendwas herstellen, Attack Power hochziehen oder was weiß ich. Ich weiß es gar nicht. Ich habe mir es noch gar nicht genau angeguckt. Auf jeden Fall richtig coole Sachen und ist natürlich schön, wenn man relativ früh an die Sachen kommt und ist dann natürlich auch absolut sinnvoll nutzbar und würde ich halt so empfehlen. Ich werde jetzt meine Handwerkskunst, denke ich mal, jeweils auf 7 ziehen oder auf 6, 7 da irgendwo lassen. Ist ja auch egal jetzt. So wisst ihr es auf jeden Fall. So könnt ihr kochen, Lederkunst oder Gestaltungskunst da hinten und Verzauberungskunst schön hochziehen. Die anderen zwei Sachen, Alchemie, da habe ich jetzt nicht die Idee. Die Alchemie, dann braucht man halt die Pflanzen, die man da findet. Eventuell kann man sich es im Aha günstig kaufen. Hier die Lumiose Road. Das ist ja glaube ich das, das, das ist ja glaube ich das erste Teil, was man da, sage ich mal, finden kann, um hier Heiltränke und so weiter herzustellen. Die ersten Gräser, die man da farmen kann. Ja, ist also auch, kann man einfach dann machen. Finde ich jetzt keinen anderen Weg. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, aha, eventuell. Oder ihr habt noch einen Trick, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Da kann ich vielleicht dazu auch noch was zeigen. Und bei Blacksmith Forge ist es genauso. Also hier beim Schmieden, da müssen wir halt die Iron Ohren nutzen, die wir so finden. Können wir jetzt auch mal machen. Machen wir einfach mal hier auch dreimal. Und die Sachen, die ich jetzt hier erstelle, die ich ja gar nicht nutzen kann, die werde ich halt direkt entzaubern oder halt hier shapen und so. So kann man das eigentlich ganz gut machen. Ich denke, so habe ich es vielleicht jetzt etwas mehr auf den Punkt gebracht. Also Alchemie und Schmieden würde ich persönlich wirklich nur über das Finden machen. Da finde ich jetzt, weiß ich keinen Händler, außer halt eben Aha. Ja, und ich weiß noch gar nicht, ob das überhaupt über Aha geht. Aber ich denke mal schon. So, und jetzt können wir hier diese Sachen, die man da hergestellt hat, auch wieder entzaubern oder beziehungsweise salvagen. Ja, ist für Crusader und Berserker. Die Hose bringt uns natürlich jetzt gar nichts. Und da kriegen wir wenigstens ein bisschen Artefakt-Chart rein. Ja, ich hoffe, das Ganze hat euch geholfen. Dürfte auf jeden Fall ein halbwegs sinnvoller Tipp sein, um am Anfang direkt eben hier die Masteries hochzuziehen. Shaping, Enchanting und Cooking können wir direkt. Seht ihr ja, es ist bei mir jetzt schon Level 6 und ich bin noch gar nicht aus der ersten Stadt raus. Da ist auf jeden Fall noch was zu machen. Ist rein theoretisch ins Unendliche machbar, wenn man da Zeit und Geduld hat. Und Alchemie und Forging werde ich dann über das normale Sammeln machen. Ja, ich hoffe, das Ganze hat euch geholfen. Und ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare, falls das irgendwie ein bisschen blöde war, falls ihr da eine andere Idee habt oder wie auch immer. Aber zumindest als durchschnittlicher Tipp würde ich es durchgehen lassen. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.